Herzlich Willkommen zurück zu Pokémon Kristall, meine lieben Freunde. Ja, ich habe Ho-Ohm nach vorne getan. Es trägt übrigens das Item Zauberasche. Zauberasche würde in Notfall mein komplettes Team wiederbeleben und komplett aufheilen. Aber so Notfall wird hoffentlich nie eintreten. So, die Tür öffnet sich und wir können jetzt durch und die Items holen. Und wie gesagt, dafür muss Ho-Ohm an erster Stelle im Team sein und dann funktioniert es. Hier sind übrigens wieder ein paar Bären, die wohl schon seit tausenden von Jahren da drin sind und ich deswegen nicht unbedingt mitnehmen möchte. Und das übliche Problem, was ja sagt, ich werde jetzt mal von Aurora den Surfer erhöhen mit AP+. Nehme ich die Holzkohle hier mit, ähm, brauche ich dich unbedingt, aber joa, passt schon. Und ja, natürlich habe ich dieses Item auch nicht. Ähm, gut, wisst ihr was, dann gebe ich die zweite, wobei KP Plus habe ich, das gebe ich dann einfach mal ebenfalls Aurora. Um die KP zu nehmen, die KP-EVs, Vitalkraut, da man hier ja jeden Wert maximieren kann, bringt das auch sehr lange was, diese Vitamine. So, das steht hier was, ähm, Moment, achso, hier geht's los, ich hab grad gedacht. Äh, die Menschen müssen, äh, müssen lernen, ihren Fortschritt, äh, kurz, nein, ihren Schritt, ja, wir kommen jetzt auf Fortschritt. Äh, ihren Schritt mit ihnen zu harmonisieren. Okay, da geht's noch weiter. Wir gehen, ähm, ihr Rettwegen hinfort. Okay, dann wissen wir jetzt, warum die Ikognito gegangen sind. Sie hatten großen Respekt vor den Menschen. Wundert mich keine Sekunde, weil Menschen sind Arschsträcher, das ist halt einfach so. Und gut, ich hole mir jetzt auch kurz da noch Blitz, dann sehen wir uns gleich. So, damit ist es jetzt endlich, endlich an der Zeit, dass wir von hier aufbreiten können. Für euch wird das nicht allzu lang sein, für mich ist sie doch einige Zeit ins Land gestrichen. Und wir können uns jetzt hier aufmachen zur MS Aqua. Hierfür einfach die Schritte nach unten gehen. Und schon wird sich uns eine riesige neue Welt erstrecken. In Kante gibt es viele Pokémon, ich wünschte, ich könnte dorthin. Ja, das wünschen wir uns doch alle. Vielleicht ist es ja möglich. MS Aqua benutzt Spezialdüsen, um über die Wellen zu gleiten. Und? Willkommen auf dem Schnellboot, MS Aqua. Trittst du heute an deiner Reisern? Ja. Zeig mir bitte dein Bootsticket. Hier bitte. In Ordnung, Dankeschön. Wir könnten zwar theoretisch auch... Wir legen bald ab. Geh an Bord. Wir könnten theoretisch auch... Das Ganze einfach so machen, dass wir dort, wo wir in Kante schon waren, am Indigo-Platur anders lang gehen. Aber ihr wisst, das hat ein kleines Problem. Wow! Entschuldigung, die waren alle. Mein Enkel ist erschrocken. Sie ist noch klein. Sag mir bitte Bescheid, wenn es nicht ist. Okay, okay. Ähm, alles klar. Ja, das hier ist unser Zimmer. In Pokémon... Oh, Moment, ist es nicht. Okay, nee, ist es dann doch nicht. Ich dachte, das wäre unser Zimmer, aber nee. Auf jeden Fall, wir haben ja auch ein Zimmer. Also bei der MSN noch ganz anders. Das sieht zwar ähnlich aus wie die MSN aus Pokémon Rot-Blau-Gelb. Ist aber da, wie gesagt, doch verschieden. Entschuldigt. Ähm, und ja. Dann können wir hier mit den Kämpfen losgehen. Und was natürlich unterging, waren die Bewertungen von Raiko, Enti und Suikun. Die ich mal nachholen wollte. Also, Raiko hat uns jetzt ziemlich geärgert. Und man muss auch sagen, dass Raiko verdammt stark war zu der Zeit. Er war sowohl schnell als auch sehr stark, was die Spezialverteidigung anging. Also wirklich ein Pokémon, auf das man achten muss. Und, ähm... Ja, kurz, Spezialangriff anging. Und insofern mit Donnerblitz, ähm, extrem mächtig. Oder eben natürlich mit Donner. Da hat man zusätzlich eine Chance auf Paralyse gehabt. Die dann aber, ja... Ähm... Doch meistens nicht wirklich, äh... Wichtig war, weil das Pokémon meistens dann noch tot war. Aber ja, das ist eben die Frage. Ich würde persönlich natürlich immer noch Donner... Blitz Donner bevorzugen. Einfach weil diese 70% Genauigkeit schon wirklich... Sehr unglücklich sind. Ähm... Und um das Ganze abzurunden, lohnt sich wirklich Kraftreserve Eis. Und dann hat man eine hohe Wahrheit von Pokémon, die man umbringen kann. Zwar, ähm... Erlaubt Kraftreserve Wasser. In so einem Fall einem auch noch Boden-Pokémon zu erledigen. Oder eben Pokémon wie Stahlos, äh... Die Raikou wirklich gefährlich werden könnten. Aber diese Kraftreserve Eis ist wirklich verdammt nützlich für, ähm, Raikou. Da hat man... Ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Eisstrahl zusammen mit Donnerblitz ist sehr mächtig. Genauso wie Boden und Gestein zusammen. Und insofern ist das ziemlich cool. Und, ähm... Ja, dann hat man natürlich immer noch so ein Problem. Es gibt, wie gesagt, so gewisse Pokémon wie zum Beispiel Stahlos. Äh, mit denen kann er nicht wirklich was anfangen. Keine wirkliche Option. Ja, man sucht immer im Müllzahn den Pokémon Rot und Blau. Da jetzt sind wir bald drin für A. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich nichts drin. Das ist deine Kabine. Wenn deine Pokémon verletzt sind, dann mach hier ein Nägerchen. Dadurch werden sie geheilt. Ja, das ist relativ cool. Äh, wir haben jetzt sogar einen kleinen PC. Also, ähm, wobei... Ja, ich glaube, ich sollte den benutzen, weil ich muss ein paar Sachen ablegen. Ist gar nicht schlecht. Ähm... Aber wie gesagt, äh... In so einem Fall hat Raiko was ziemlich cooles, nämlich Brüller. Mit Brüller hat man dann die Möglichkeit, diese Pokémon, ja, verschwinden zu lassen. Augenblicklich. Und, ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Denn Brüller wird natürlich immer mal, immer mal wieder etwas belächelt. Aber ich finde Brüller verdammt nützlich, weil man so eben, wie gesagt, die Pokémon beseitigen kann, die einem wirklich persönlich gefährlich werden könnten. Und das ist halt Nützlichkeit nicht wegzudiskutieren. Also, ja, ähm, da, ähm, da, äh, holt Raiko dann einiges raus. Und, äh, ja, dann muss er aber natürlich trotzdem noch. Also, man hat da die Möglichkeit natürlich zu wechseln, wenn man dieses Pokémon mit Brüller zunächst austauschen kann. Was man aber auch machen kann, ist, dass man Raiko mit Erholung aufheilt. Denn, ähm, Raiko ist tatsächlich durch seine Holspeed, ähm, und ganz gut, also, um Verteidigungswerte sind einigermaßen in Ordnung. Sie sind nicht übertrieben gut, aber sie sind in Ordnung. Und dadurch ist er tatsächlich auch ein ganz guter Tank, muss man, muss man sagen. Also, insofern Raiko ist in dieser Generation echt ultra cool. Äh, vor allem waren auch Attacken wie Knirscher, die man ihm geben konnte, doch spezial. Gut, Knirscher werde ich ihm jetzt nicht unbedingt geben, ist natürlich nützlich ihm sicher Pokémon, aber... Das kann man auch mit Donnerblitz und Kraftreserve eiseitigermaßen lösen. Das ist natürlich nicht so stark, ähm, und, oh, ich hab, glaub, grad, ja, ich hab die falsche Attacke gedrückt. Also, Flamara ist doch schwach, aber so schwach, dass es durch einen Flammenwurfdown geht auch nicht, äh... Boah, aber es hat schon ganz schön viel abgezogen, aber gut, das ist ein Elf-Level-Unterschied, trotzdem. Und ja, ihr merkt, was die Level-Kurve angeht, haben wir wieder einen absolut krassen Fall erlebt, nachdem es ja zunächst ständig bei der Pack of New, glaubt ihr, es wird sich nicht verbessern. Und der Fall ist absolut exponentiell. Äh, aber gut, ähm, jedenfalls, wie gesagt, Ähm, wer das dann zum Donnerblitz, Brüller, Kraftreserve, Eis und Erholung? Und wie gesagt, er, er, er hat's wirklich drauf mit Erholung. Ähm, man kann's wirklich gut bei ihm, bei ihm einsetzen, weil das sich als Tank gut eignet. Oder man verzichtet auf Brüller und gibt ihm stattdessen Schlafrede. Ähm, weil man ihm natürlich auf jeden Fall Überreste geben sollte, würde man sich so zwei Runden sparen, das ist klar. Ähm, da müsste man, hätte man ja keine Möglichkeit mehr, die nervigen Pokémon zu beseitigen. Das muss sich jedem übergeben, wie er möchte. Äh, Jess, ich bin's Rosemarie. Äh, ja, super. Jetzt sind wir, wer ein Radfatz-KO gegangen ist. Dankeschön. Ähm, also, könnt ihr sagen, wie ihr spielen würdet. Und ich, ähm, neige fast eher zu der Variante mit Brüller. Aber natürlich Schlafrede immer hier seinen Zeitressant nutzen hat. Aber, ja, ähm, wie gesagt, es bleibt euch überlassen. Alle Passagiere sind Dreier. Sie warfen in ihren Kabinen auf Herausforderung. Ja, die sind voll süchtig. Oh. Das hätte jetzt ein Dreierkampf werden können. In, äh, Generation, ähm, 5 und 6 vermöglicherweise. Das gibt's zwar noch nicht, dass ein Doppelkampf und ein Einzelkampf so laufen wie es ein Doppelkampf. Aber, hey, Botogel. Eines der nutzendsten Pokémon ever. Genau so ein Joke wie Lauch. Äh, der ist auf jeden Fall sehr interessant, weil er eigentlich nur eine Attacke kann, nämlich Geschenk. Und, ja, das war's dann auch schon fast. Also, ja, der wird interessant. Aber jetzt möchte ich erstmal noch über unsere anderen Erlauchten reden. Entei ging mir jetzt nicht sozialer in den Ball. Heiko war übrigens up and overused, muss man wirklich sagen. Der hat richtig auf die, äh, Kacke gehauen. Entei hat definitiv auch einen sehr interessanten Wert. Er hat bei Entei selber das Problem, er hat einen hohen physischen Angriff. Ähm, Verteidigung, die ganz okay ist. Und Spezialgriff ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber es reicht eben nicht wirklich, um seine Attacken hundertprozentig gut einzusetzen. Ähnlich ist so ein Leben, was er auch Flamara hat. Und, ähm, für Entei gibt es die Möglichkeit, natürlich, dass wir den Sonntag... Ähm, man Sonntag nur zuerst spielt. So spiele ich ihn Sonntag, Feuersturm und Solarstrahl. Da hat man schon mal so eine wirklich gute Basis, ähm, um den Spezialangriff auch zu verstärken. Dementsprechend durch, äh, Sonntag wird Feuersturm versterbt. Man hat eine ganz gute Gedauigkeit bei Feuersturm. Solarstrahl trifft immer. Und damit kann man Wasser, Boden und Gestein-Pokémon ausschalten. Also alle Pokémon, gegen die Entei schwach ist, können sie so ausgelöscht werden. Zudem sind Viasaun-Eis-Attacken unter der Sonne schwächer. Also, ja, äh, kann man wirklich nichts sagen. Vor allem die Wasser-Pokémon, wenn sie sich irgendwie gesagt haben, sehr getroffen. Und als derzeit, da gibt es jetzt mehrere Optionen. Man könnte ihm Erholung geben. Denn auch er kann man, ihn kann man ganz gut als Tank benutzen, um seine EKP wieder zu holen, falls er lange überleben sollte. Oh, hallo. Ich kann meine Enkelin nirgendwo finden. Wenn es sie an Bord ist, ist alles in Ordnung. Sie ist ein Energiemittel und könnte jemanden nerven. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ja, sie wird schon nicht über Bord gesprungen sein. Ich glaube nicht. Wie gesagt, Rückkehr wäre eine Option für ihn. Da hat man auf jeden Fall mal einen physischen Angriff, den man gut einsetzen kann. Oder aber Erholung als Tank. Zwei Optionen, wo ich mich erneut nicht festlegen möchte. Die haben beides so ihre Wertigkeit. Hast du irgendein Problem? Wenn du mich anmachen willst, trenne dich dir in die Eier und hängst sie da hinten auf, okay? Nein, nein. Aber könnte ich mal noch meinen Kollegen suchen? Er faulenzt irgendwo. Dieser Müßigjäger. Ich würde ihn selbst suchen. Aber ich bin gerade im Dienst. Ach du bist im Dienstag, verleg dein Dienstag da hinten, du faules Sauen. Lass mich... Ich stelle mich bei deinem Chef? Wie unglaublich dreist. Also, man merkt, dieses Personal ist... Ja. Schlecht. Es ist wirklich schlecht. Zeige Leute, würden wir uns niemals einen Job kriegen. Aber gut, der Matrose befindet sich entweder hier. Nee. Man befindet sich in einem anderen leeren Zimmer. Auf jeden Fall in einem von beiden. Chillt der dann rum. Die zuvor leer waren. Das andere war... Hä? Okay. Was soll das jetzt? Ja gut, das hier ist voll. Das andere war auch voll. Oder chillt der in unserem... Nee, der ist in meiner Kabine. Nein. Okay, ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich ja mal wirklich überfragt. Ach so, da ist er. Richtig. Ich bin der Matrose. Äh, ja. Du faule Stück Scheiße. Geht zurück an deine Arbeit. Was? Ich habe dich gefauletzt. Die Kabine war frei. Und darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll das jetzt kämpfen? Habe ich gar nicht händen, dass diese Kabine auch frei war. Ich wusste auf jeden Fall, er war in einer freien Kabine. Und ich dachte auch, es wäre oben gelegen. Aber, ja. Es sind ja relativ viele Kabinen frei. Das hat aber auch einen Grund. Nämlich, ähm, dass man diese Fahrt öfters absolvieren kann. Dazu dann aber später mehr. Ähm, auf jeden Fall. Ralko und Ente werden damit abgehackt. Ente war nicht schlecht, aber eben auch nicht hundertprozentig gut. Deswegen Borderline. Was er heutzutage gebraucht hätte, wäre einfach eine Attacke wie Erdbeben. Dann könnte er locker overused werden. Zusammen mit, äh, voll, äh, was? Flammenblitz, das er bekommen hat. Aber gut, ähm, und Zwickum, was wir jetzt schon länger dabei haben. Ich glaube, ich muss nicht, eigentlich nicht groß erläutern, wie ich ihn spielen würde. Weil, ja, ich würde ihn genauso spielen, wie ich ihn spiele. Er war damals wirklich overused. Was eben zum einen an seiner sehr guten Abwehr lag. Zwei sehr hohe Verteidigungswerte. Nicht so schnell, aber es musste ja auch nicht sein. Dann auch ganz, ich glaube, bei 80, was seine Basis ändert. Und dann, der Spezialangriff ist, glaube ich, so bei Basis 90, 95, sowas rum. Also auch nicht schlecht. Ja gut, aber das ist etwas hochgekommen. Ja doch, so, so 90 rum, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, zwei sehr hohe Verteidigungswerte. Damit kann er eigentlich nichts aussahen. Vor allem als Wasser-Pokémon ist das wirklich nützlich. Ähm, und so wie ich in dem Spiel mit Surfer und Eichstall, aber zwei offensiv starke Attacken und dann Erholung und Schlafrede. Also so muss man körperlich arbeiten. Das ist sehr anstrengend. Dann geht's zurück an die Arbeit, Junge. Danke. Insofern, ja. Und das ist auf jeden Fall eine Option, die ich nicht außer Acht lassen würde. So, ähm, Eichstall. Also auch ein CP nicht, die kann man wirklich super nutzen. Okay, ich habe mit ihm geredet. Er wird nicht mehr faulenzen. Ah ja. Gut, hast du irgendwie so ein kleines Mädchen gesehen? Hm, kleines Mädchen. Glaubst du, sie ist hier vorbeigekommen? Wow, super. Du glaubst. Wundervoll. Kotzen! Dann kotze bitte nicht auf mich, sondern in eins dieser Betten. Ja, ähm, was man eigentlich aber auch machen kann, wenn man die noch ein bisschen defensiver spielen möchte, ist, also gut, zu ja, von was würde ich lassen, so eine Erholung. Aber man könnte noch mit Toxin und Brüller arbeiten. Das wäre dann eine Taktik. Der geht, er kommt rein. Man verpasst ihm ein Toxin, ähm, setzt eventuell Brüller ein, falls man mit dem Pokémon nichts anfangen kann. Ähm, gerade Stahl-Pokémon kann man ja nicht mit Toxin angreifen. Aber ja, auf jeden Fall, man könnte dann erstmal so eine Taktik machen, wo man jeden mit Toxin vergiftet, äh, von der Runde, also hab ich mich wieder verdrückt, shit. Und, ja, dann mit Surfer, äh, und Erholung kämpft. Ist eine Möglichkeit, durchaus legitim, muss man sich überlegen. Ich persönlich bevorzuge meine Variante, aber mit zwei Angriffen und eben der Erholung und Schlafrede, weil, ja, das, äh, das lohnt sich bei ihm einfach. Er war auch wirklich gut im Overused hier in dieser Generation, die gesagt, wegen seinen guten Defensivwerten. Und, ja. Dann, ähm, würde ich sagen, kommen wir noch schnell zu Ho-Oh. Ho-Oh ist natürlich jetzt der Pokémon, den man sehr gut mit Genesung spielen kann. Er hat einen höheren physischen Angriff als einen Spezialangriff. Das ist bei ihm etwas ein Problem. Weil eben Donnerblitz und Läuterfeuer beide, äh, Spezialzitter. Der Spezialangriff ist aber nicht so wichtig, dass es irgendwie großartig stimmen wäre. Bedeutet, ob man zu dem eine 50-bezahlige Chance hat, die Gegner zu verbrennen. Was bedeutet, wenn er überleben sollte? Könnte sein, dass er leidet. Er hat physischer Angriff halbiert, ähm, permanenter Schaden. Also, das ist schon richtig böse. Und dann haben wir, wie gesagt, Donnerblitz, um unangenehme Wasser-Pokémon auszuschalten. Ähm, gegen Gestein-Pokémon. Ja, hohe, sehr schwach gegen Gestein-Attacken, gegen Gestein-Pokémon. Da kann Erdbeben helfen. Das Problem ist aber natürlich, dass nicht unbedingt, äh, jedes Pokémon, das Gestein-Attacken, kann auch Gestein-Ist. Also, es gibt ja gerade auch Kampf-Pokémon, die Gestein-Attacken können. Ähm, insofern, ja, Erdbeben ist eine gute Option, dabei eben nicht die einzige. Man könnte auch Spukball nehmen. Und damit können wir vor allem andere Pokémon erledigen, die im Über-Chillen, also solchen Mewtwo, Mew, Celebi. Also, es gibt ja durchaus noch einige Psycho-Pokémon, auch wenn der Psycho-Typ geschwächt wurde. Im Über, ähm, fühlen sich die Psycho-Pokémon immer noch relativ wohl, weil sie eben immer noch blutig stark sind. Gerade Mewtwo hält sich bis heute auch noch hervorragend. Äh, durch Mewtwo Y natürlich noch etwas verstärkt. Also, man könnte auch statt Erdbeben Spukball nehmen, mit diesem Hintergrundwissen. Ich würde aber trotzdem zu Erdbeben greifen. Beides ist physisch, also das soll kein Getäum. Beides kommt auf zu einem starken physischen Eingriff, womit er den auch nutzen kann. Dann hat man gelesen, Donnerpilz, Leiterfeier, Erdbeben oder Spukball. Und finde ich das Ganze sehr gut genutzt. So, Leute, gut, dann bin ich jetzt im Parten dieser Stelle. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part, Pokémon Kristall. Danke für Daumen hoch und das nächste Mal geht es hier auf diesem Schiff weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.